Julia Reda war eine der schärfsten Widersacherinnen der Urheberrechtsreform, jedenfalls von Artikel 13. Jetzt hat Julia Reda überraschend angekündigt, nicht nur noch einmal zu kandidieren, sondern sogar die Piratenpartei komplett zu verlassen. Allerdings nicht aus inhaltlichen Gründen, weil sie etwa was an der Parteipolitik der Piraten zu mäkeln hätte, sondern weil ihr ehemaliger Büroleiter auf, ich meine, Listenplatz 2 der Piratenpartei bei der Europawahl steht. Das Problem an diesem Büroleiter ist, dass Julia Reda sagt, er hat andere Frauen im EU-Parlament sexuell belästigt und deswegen kann sie nicht verstehen, dass ihre Partei das zugelassen hat. Und daher hat sie jetzt die Konsequenzen gezogen und gesagt, das ist nicht mehr meine Partei. Wir wollen das zum Anlass nehmen, das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz überhaupt mal aufzugreifen. Wo beginnt sexuelle Belästigung? Was muss man sich noch bieten lassen? Welche Handlungsoptionen und Möglichkeiten gibt es für die Betroffenen? Mehr dazu in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke und der Tweet von Julia Reda, in dem sie mitgeteilt hat, die Piratenpartei zu verlassen, der hat mich doch auch ziemlich überrascht. Damit hatte wohl keiner gerechnet, gerade auch, weil sie das Aushängeschild der deutschen Piratenpartei war. Sie hat allerdings dann im Video gesagt, ich kann so nicht weitermachen. Der ehemalige Büroleiter von Julia Reda, der tritt bei der Europawahl an und sie möchte auf keinen Fall, dass er einen Sitz im EU-Parlament bekommt. Es ist zwar so, dass er nicht auf Listenplatz 1 steht, das ist, glaube ich, Patrick Breyer, aber er wäre auf Listenplatz 2 und ich meine, wenn die Piraten in Deutschland schon 1,6, 1,7 Prozent bekommen, hätte er schon seinen Sitz im EU-Parlament sicher. Und Julia Reda sagt, ja, dieser Mann hat Frauen sexuell belästigt, das ist festgestellt worden seitens des EU-Parlaments, aber die Piraten haben ihn trotzdem nominiert und jetzt ruft sie dazu auf, wählt nicht die Piraten und sie sagt, wählt alles links von der CDU, aber nicht die Piraten. Also wählt keine AfD, wählt keine CDU, alles links von der CDU, aber keine Piraten. Ja, da fragt man sich, warum hat Julia Reda den Mann denn nicht schon vorher rausgeschmissen? Warum hat sie nicht selber gehandelt? Das liegt am Parlamentsbetrieb, das ist nämlich gar nicht so einfach. Die Abgeordneten suchen sich zwar ihre Büroleiter und Mitarbeiter aus, angestellt werden die dann aber bei der Parlamentsverwaltung. Das heißt, der Abgeordnete selbst ist gar nicht der Arbeitgeber des jeweiligen Büroleiters, sondern der Arbeitgeber ist die Parlamentsverwaltung. Julia Reda sagt, sie hat es der Parlamentsverwaltung gemeldet, aber die hat sich ewig Zeit gelassen und den Büroleiter entsprechend nicht rausgeworfen. Wahrscheinlich auch, weil ohnehin die Parlamentswahl ansteht und dann dachte man sich da möglicherweise, was sollen wir da jetzt schnell handeln, hat sich ja bald eh erledigt, das Problem. Aber wir hatten es eingangs schon gesagt, das ist natürlich ein Problem, was nicht nur im EU-Parlament vorkommt, sondern insbesondere bei allen möglichen Firmen in Deutschland. Sexuelle Belästigung, die kann manchmal schon sehr früh da sein und das hängt immer, wie so häufig, von den Umständen des Einzelfalls ab. So kann es in manchen Betrieben ganz normal sein, dass sich zwei Menschen immer Hase und Schatz nennen, also Hallo Hase, Hi Schätzchen. Das könnte normal sein, sofern die Verwendung dieser Kosenamen mit dem Einverständnis beider Arbeitnehmer, die sich jeweils so nennen, erfolgt. Und man muss dann eben schauen, ist einer, der immer meinetwegen Schatzi genannt wird, passiv, sagt also nie etwas daraus, darauf lässt der andere aber nicht von seinem Verhalten ab, dann sind die Grenzen zur sexuellen Belästigung überschritten. Und was das bedeutet, da komme ich gleich drauf ein. Es heißt also, nicht nur unerwünschte Berührungen oder irgendwelche Handlungen können sexuelle Belästigung darstellen, nein, auch schon diffamierende Äußerungen oder eben sogar nonverbales Verhalten. Das wären also anzügliche Gesten. Auch schon permanentes Anstarren kann eine sexuelle Belästigung darstellen. Natürlich, das kann sich jeder vorstellen, zusenden pornografischer Bilder, Fotos, E-Mails. Da sind die Grenzen dann in der Regel überschritten. Und dann gibt es noch eine Messlater, die man anlegen kann, wenn man sich fragt, okay, wann ist es zu viel? Es ist auf jeden Fall dann zu viel, wenn derjenige, der hier Annäherungsversuche macht, merkt, dass die Person, die auf der Gegenseite ist, diese Annäherungsversuche wahrnimmt und ablehnt. Und wenn er diese Ablehnung wahrgenommen hat und trotzdem weiter handelt, dann sind wir in einem sehr sicheren Bereich der sexuellen Belästigung. Also der Grad ist ganz schmal, das will ich auch offen dazu sagen, weil es sehr von persönlichen, individuellen Empfindungen abhängt, wann man sich belästigt fühlt. Und deswegen müssen wir hier schauen, wann sind Grenzen überschritten. Es ist zum Beispiel so, dass bei Altherrenwitzen es ganz, ganz schwierig ist, zwischen bloßem Witz oder Kompliment oder Belästigung zu entscheiden. Da ist es ganz, ganz schwierig. Aber in dem Moment, wenn jemand diesen Witz ablehnt oder sagt, man möchte das nicht und dann werden die Altherrenwitze immer weitergemacht, belächelt, das Ablehnen wird belächelt, dann geht es an die Würde des Einzelnen und dann sind wir voll im Bereich der sexuellen Belästigung mit drin. Es ist also ganz wichtig, dass man hier die Abgrenzung hinbekommt. Man kann sich ungefähr merken, in dem Moment, wo jemand das individuell nicht möchte, geäußert hat, ich möchte es nicht und dann geht es weiter. Es kann natürlich auch schon bei der erstmaligen Tat eine sexuelle Belästigung vorliegen. Das ist gar keine Frage. Aber wenn man sozusagen ein sicheres Indiz haben will, dann ist es sehr sicher gegeben, in dem Moment, wo jemand sagt Nein, in dem jemand auf Annäherungsversuche nicht reagiert und trotzdem immer weitergemacht wird. Viele Unternehmen haben übrigens umgeswitcht und fahren mittlerweile eine Zero-Tolerance-Politik, die sagen, wir wollen überhaupt zusehen, dass es eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vermieden wird und werden präventiv tätig. Präventiv kann man tätig werden, indem man zum Beispiel Betriebsvereinbarungen schließt zwischen dem Betrieb und dem Betriebsrat. Eine Betriebsvereinbarung ist sowas wie die Betriebsverfassung. Da steht dann drin, welche Verhaltensformen überschreiten denn ganz genau die Grenzen? Und das ist natürlich ein wichtiges Thema, weil man so schon eine grundsätzliche Orientierungshilfe hat, auch als Mitarbeiter des Betriebs, dass man das geregelt hat und dass man überhaupt das Bewusstsein dafür hat, ja, hier wird darauf geachtet, dass weder Frauen Männer sexuell belästigen, noch umgekehrt Männer, Frauen sexuell belästigen, wobei der letzte Fall wahrscheinlich, ich habe keine Statistiken jetzt gesehen, der häufigste sein wird. Ich hätte es schon gesagt, es kommt auf unterschiedliche Schmerzgrenzen an. Manche sind halt ein bisschen derber drauf, die haben damit überhaupt kein Problem, finden das sogar lustig, wenn sie ein bisschen angeschakert werden, wenn man das so will. Was natürlich auch sein kann, dass zwei sich einfach mögen, ineinander verlieben. Dann ist man auch weit entfernt von sexueller Belästigung, aber dann geht es immer von beiden aus. Und das habe ich ja gerade gesagt. Man muss sich immer fragen, lehnt ein Mensch das Ganze ab? Insofern kann man in Betriebsvereinbarungen das auch nicht ganz niederschreiben, weil die Grenzen entsprechend fließend sind. Als Orientierung kann man nehmen, Paragraf 3, Absatz 4 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Und danach ist eine sexuelle Benachteiligung, eine Benachteiligung in Bezug auf Paragraf 2, wenn ein unerwünschtes sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünscht sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen sexuell bestimmten körperlichen Berührungen, Bemerkungen, unerwünschtes Zeigen oder sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellungen hören. Und wenn das Ganze bezweckt oder bewirkt, dass die Würde einer Person verletzt wird, wenn Erniedrigungen bezweckt werden, Entwürdigungen entsprechend herbeigeführt werden. Also es geht so ein bisschen um die Würde der Person und viel, viel um dieses subjektive Empfinden. Kommen wir dazu. Welche Rechte habt ihr als Arbeitnehmer, wenn ihr Opfer einer sexuellen Belästigung geworden seid? Zunächst einmal solltet ihr den Kollegen natürlich auf sein Fehlverhalten hinweisen. Und wenn der das Ganze nicht einsieht, solltet ihr euch unverzüglich an eine Vertrauensperson oder an eine betriebliche Beschwerdestelle wenden, falls es die denn gibt. Meist ist es der Betriebsrat, der könnte ansonsten eben die Anlaufstelle sein, wenn das Ganze nicht geregelt ist. Es gibt auch, wenn ihr in einem kleinen Betrieb arbeitet und das überhaupt keinem sagen wollt, eine öffentliche Anlaufstelle, das ist die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Also auch da würde euch geholfen werden. Und sobald der Arbeitgeber davon erfährt, treffen den Arbeitgeber Schutzpflichten. Das heißt, der ist selbst in der Pflicht, euch zu schützen. Ganz wichtig und das gilt sogar dann, wenn die Belästigung nicht von Kollegen ausgeht, sondern von Geschäftspartnern oder sogar von Kunden. Also für all diese Parteien, eure Kollegen, Geschäftspartner und Kunden, ist der Arbeitgeber entsprechend einstandspflichtig und hat Schutzpflichten euch gegenüber. Es gibt in § 13 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ein Recht, sich zu beschweren. Von den Beschwerdestellen mal abgesehen, kann man auch zum Vorgesetzten gehen, man kann zum Betriebsrat gehen. Und wenn der Arbeitgeber dann, nachdem man sich beschwert hat, immer noch nichts unternimmt, habt ihr nach Artikel 14 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes die Möglichkeit, eure Tätigkeit für den Betrieb niederzulegen, ohne dass ihr den Verlust des Arbeitsentgeltes befürchten müsst. Das heißt, ihr bekommt weiter Knete, obwohl ihr nicht arbeiten geht, sofern das zu eurem eigenen Schutze erforderlich ist, weil der Arbeitgeber einfach nicht handelt. Natürlich habt ihr auch einen Anspruch auf Schadenersatz. Das dürfte klar sein, zum Beispiel auf Erstattung der Therapiekosten. Aber da muss man aufpassen, dass es sehr kurze Fristen gibt. Nach § 15 AGG muss man innerhalb von zwei Monaten schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber seine Kenntnis von der Benachteiligung geltend machen. Also da auch relativ zügig. Da ist immer die Frage, wann hat man wirklich Kenntnis von dieser Benachteiligung, wenn sich so etwas erst nach einigen Zeit herauskristallisiert, wahrscheinlich dann, wenn man das wirklich auch als belästigend empfindet. Darüber hinaus verpflichtet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz den Arbeitgeber zu Ermahnungen, Abmahnungen oder sogar Kündigungen desjenigen, der hier der Täter ist der sexuellen Belästigung. Und ansonsten gibt es noch andere Möglichkeiten. Es könnte sein, dass man einen Antrag darauf stellen kann, umgesetzt zu werden, dass man mit dem Täter nicht mehr in einem Raum sitzt und insofern da schon eine Verbesserung der Situation beigeführt wird. Fazit ist, dass hier die Verwaltung des EU-Parlaments hätte wesentlich aktiver einschreiten müssen. In Deutschland wäre das für jede Firma ganz eindeutig gewesen. Hier hatte ja ein Gremium festgestellt, dass der Büroleiter von Julia Reda entsprechend solche Verfehlungen begangen hat. Aber das EU-Parlament und die Verwaltung hat keine Konsequenzen gezogen und das war auch das, was Julia Reda so frustriert hat. Wenn ihr betroffen seid, dann solltet ihr vielleicht noch ein paar Sachen beachten. Ihr solltet euch über die Vorkommnisse detaillierte Notizen machen, falls es nicht irgendwelche E-Mails gibt oder Briefe oder so, die man sowieso als Beweis vorlegen kann. Sollte man zugunsten der Glaubwürdigkeit ganz stichhaltig aufschreiben, was genau passiert ist. Und dann sollte man auch umgehend tätig werden, nicht das Ganze erst sammeln, lange abwarten. Und man sollte vor allen Dingen auch reden, reden mit denjenigen, die es in Unternehmen gibt, die genau für diese Fragen zuständig sind. Abschließend bleibt noch die Frage, ob so eine sexuelle Belästigung auch eine Straftat sein kann, die dann strafrechtliche Konsequenzen zur Verfügung hat. Ja, kann sie sein. Aber da muss man genau schauen, was ist hier wirklich passiert. Zum Beispiel könnte man sagen, dass, wenn anzügliche Bilder verschickt worden sind, dass eine Verbreitung pornografischer Schriften gegeben ist nach 184 Strafgesetzbuch. Oder wenn man eine Person sexuell berührt, dann ist das nach § 184i Strafgesetzbuch eine Straftat, die mit bis zu zwei Jahren Gefängnis sogar bestraft werden kann. Also das ist keine Kleinigkeit. Sexuelle Handlungen, die bis zur Vergewaltigung gehen, werden ab zwei Jahren oder jetzt bei sexuellen Handlungen bis zu fünf Jahren Haft bestraft. Also da wird es auch richtig kritisch für denjenigen, der hier der Täter ist. Also es geht dann im Detail immer nur darum, wie kann man das alles nachweisen, wenn man das protokolliert hat und irgendwie aufgeschrieben hat, wird der Richter einem auch entsprechend glauben. Wo können sich Betroffene beraten lassen? Vielleicht das noch die Information am Ende. Ich hatte es schon mal eingangs erwähnt. Es gibt eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die hat auch eine Telefonnummer. Die lautet 030 1855 1865. Es gibt ein Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen und den Weißen Ring, ein Opfertelefon. Alle Telefonnummern haben wir hier unten nochmal in die Videobeschreibung reingeschrieben. Falls das für euch ein Thema ist, was in Frage käme, dann könnt ihr euch da entsprechend informieren. Auch Gewerkschaften bieten Hilfe, da könnt ihr euch beraten lassen. Bei Rechtsanwälten könnt ihr euch natürlich auch beraten lassen, wenn so ein Thema zu belastend wird. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lass gerne ein Abo da. Also das, was im EU-Parlament hier vorgefallen ist und wo Julia Reda meines Erachtens mit einem starken Rückgrat jetzt die Konsequenzen gezogen hat, passiert nicht nur im EU-Parlament, sondern auch in deutschen Unternehmen, in vielen deutschen Unternehmen. Und insofern habe ich gesagt, das nehmen wir mal auf hier in dem Video und klären euch darüber auf, was kann man bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Morgen gibt es hier schon das nächste Video. Tschüss und bis dahin.